Hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Bros. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben in dieser Welt und ja, ich werde weitermachen. Werde mich weiter durchquälen, für euch, für mich, für alle Zeit und ja, ich bin gespannt, was mich denn, ob ich denn, wie ich denn, ob ich gut weiterkomme, ob ich schlecht weiterkomme. Die letzten waren zwar gar nicht mehr so verkehrt, die ich hatte. Aber es kann natürlich wieder alles, alles zur Dichte gemacht werden. Das war gut, das war verdammt gut. So. Ach ja, hier waren wir zweimal. Nein, das ist doch nicht wahr, diese kleinen Hammerbrüder-Mist-Dinger. Das war verdammt knapp, Mann, oh Mann. So, da oben war Pilzen-Trainer, genau. So, dann. Gerne angenommen. So, das hätte ich mir also geschafft. Und alle Häuser und damit sind wir zumindest hier durch. Aber es ist später viel angenehmer, wenn man weiß, okay, da ist ein safes Extra eben am Ende der Fahne. Wenn man ganz oben rankommt. Das ist hier natürlich noch nicht der Fall. Kann man auch noch nicht erwarten. Ist halt ein altes Spiel. Und manche Sachen sind... Na gut, die Grundsachen sind hier halt etabliert worden. Aber es gibt halt noch ein paar Sachen, die deutlich, deutlich fehlen. Beziehungsweise noch nicht da waren. Oder zumindest das Spiel dadurch deutlich schwerer machen an manchen Stellen. So, dann bin ich mal gespannt. Ich will mich natürlich nicht nochmal mit den Blutbahnen anlegen. Das haben wir im letzten Part ja oft genug gemacht. Oder lang genug. Leg dich niemals mit den Blutbahnen an, würde ich sagen. So, durch da, durch da, durch da. Ähm... So, oh Gott, das war... Das war riskanter Move. Durchaus riskant. So. Äh... Nein, nein, nein. Okay, das... Äh... Nein! Hilfe! Hilfe! Nein, okay. Hätte... Wäre ich auf dem Boden geblieben, hätte ich es über... Ohne... Schrumpf... Geschrumpft zu werden überlebt. Aber... Ach! Mann! Blutbah! Ich hasse euch! Ganz einfach, klipp und klar! Ich hasse euch! So, gut. Nächste Welt. War, glaube ich, das Level, wo wir gleich ein bisschen rumrennen durften. Fragezeichen nicht im Kopf. Sehen wir gleich. Gut. Ah, das Level war doch... So. Genau, das Level, meinte ich. Wo hier denn genau? Dann war da irgendwo gleich... ...auf an der nächsten Plattform. Du warst da, genau. Der hat mich oft genug getötet. Zu sehen im letzten... Part. Warum habe ich den Schieb-Schieb nicht erwischt? Wie ist der bitte schön geflohen, dass er mich erwischt hat? Ich ihn aber nicht. Alter Falter. Das war... Das war gemein. Das war ziemlich, ziemlich fies. Nein. Ey, wäre ich weiter... Wäre ich einfach gesprungen. Ach. Mann. Halt auf. Ich hasse dieses Level. So. Mal. Sollte ich... Boxe ich weg. So. Jetzt kann ich auch noch mal im Runden Anlauf nehmen. Wow. Das war nicht geplant, aber... ...ganz gut geklappt. Ja, gut. Natürlich. Weil... Wisst ihr, wenn man... ...so... ...n bisschen Erfolg hat... ...und dann kommt ein Schieb-Schieb. In aller... ...aller... ...dober... Okay, wir haben es ja wirklich geschafft. Gut. Auf zu Bowser. Äh. Ja. Alla, alla Schieb-Schieb. Das musste eigentlich mein Hashtag sein. Alla, alla Schieb-Schieb. So... ...modern technisch. Obwohl... ...ä... ...modernes Hashtag ja irgendwie auch nicht mehr. Also von daher... ...aber auf jeden Fall cooler als... ...andere Sachen. So, okay. Hier ist... ...ähm... ...okay, da müssen wir... ...nein, da müssen wir unten... Ach, schade. Jetzt kann ich mich gar nicht mehr hin. Bop, bop. Ich erinnere mich. So. Ah, gut. Gut. Gut! Gut, da wären wir... ...da... ...denke mal unten... ...nein. Hätte ich jetzt erwartet. So, dann muss... ...bitte... ...bitte weg. ...bitte weg. Und oben? Ja. Gut. Muss doch irgendwo gleich Bowser kommen, oder nicht? Da ist er auch schon. Hallo. Bist mein bester Freund, Bowser. Bist mein bester Freund, Bowser. What the fuck? Hat der einfach mal Hammer! Aber das Level ist gar nicht mehr so schwer, finde ich jetzt. Also, ähm... ...gab schon deutlich schwerere. So, das war unten... ...mitte... ...oben. ...bitte weg. Äh... ...ganz klar oben. Oh, unten wäre er ja immer richtig fies mit seiner kleinen Plattform. So, das war... ...ohm... ...ohm... ...nein, Mitte. Nein! Eikett. Gut, ähm... ...nochmal die Level davor, würde ich sagen. Yeah! Gut. Auf geht's. Auf geht's. Ich würde dieses Level besiegen. So, wie war das nochmal hier? Da war doch gegenüber was, oder nicht? Doch da... ...er fett... Nein! Das ist... Das ist ungünstig. Das ist äußerst ungünstig. So. Und da sind wir. Oh, okay. Jetzt kommen die Hammerbrüder. Äh... ...durch da. So. So. Oh, du bist da. Du bist da. Du bist da. Okay. Okay. Töte ich dich einfach mal. So. Ich hätte natürlich ein bisschen bange gerade, dass der, ähm... Der, 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 der... Dingsbomb ist hier, der... Guck mal einfach wieder aufgeploppt. So. Nein! Ah, davon. Ich habe mir gerade noch überlegt. Nein, das willst du eigentlich nicht. Aber gut. Egal. Ich finde, äh... Ich habe gerade so meine Probleme mit der Welt. Die sind gerade so... So mega krass schwer finde ich die gar nicht. Ich will als Nintendo einfach die Idee ausgegangen werden. Das... Das ist eins der... ...verd... ...fucking siebten Welt, die mich gerade... ...um jeden Preis daran hindern möchte, meinen Satz zu verändern. Weil... ...sie doch ganz schön fies ist. Ähm... Ja, eigentlich... ...finde ich die jetzt gar nicht so krass schwer. Hm. Und es ist beendet bis zum Bowser-Level. Ich finde das Bowser-Level jetzt nicht unbedingt hardcore schwer. Bisschen nervig, aber... ...das war es auch schon. So, bitte. Danke. So. Einmal rauf da. Und... ...raus hier. So. Nächstes Level. In der Hoffnung, dass wir das nächste Level hätte ich es überstehen, weil... ...ich... ...würde gerne den Pils mitnehmen. Nur auch durch das Wasser-Level. Ich meine, das Wasser-Level ist machbar. Durchaus. Auch mit Pils. Es sei denn, man verhakt sich so wie ich. Also... ...das, was ich halt im letzten Part hatte, will ich halt nicht normal haben. So. Ja, gut. Natürlich. Warum nicht? Gut. Egal. Ziehen wir es durch. Ne? Ah! Okay. Gut. Das war eine dumme Stelle. Du... ...doll ca... D Nickel... ...wavavavavavavavavavavavv. Mip, 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 mip! Einfach mal im Nass Grinsen weggenommen. Das Level darf nicht grinsen. Zumindest sieht das Face ziemlich danach für mich aus. Wow, wow, wow. Wow! Hey! Blooper! Danke. Wow. War dezent knapp. Gut, ab geht's. Ab geht's in die nächste Level. So, auf geht's. In die nächste, durch die nächste Welt, Level, whatever. Nein! Mann! War da so gut geklappt eben? Warum hat das so gut geklappt eben? Wow. Wupp, 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 wupp. Ach komm, bleib da. Bleib da, wo du bist! So. Okay, damit fühle ich mich schon einiges sicherer. Und, äh, ja. Kein Kommentar. Ich, äh, das muss richtig knapp aussehen. Ich muss mir das hier am Ende mal angucken. Mach ich ja sowieso wahrscheinlich. So. Bowser-Level. Ich kann dich auch mit allem Leben platt machen. Wenn meine Führer-Water jetzt nicht zu hoch gespuckt sind. Dreimal. So. Bin ich gespannt. Ach man, ich vergesse es jedes Mal. Sorry, Leute. Leute, nein! Ich will doch sowas nicht machen. Nein. Und. So. Jetzt aber. Und durch. So. Jetzt kommt der ab. Fuck. Wow. 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 So. Das war oben. Nein. Oben, Mitte, unten. Ganz einfach eigentlich. Nichts zu unterschätzen. So. So. Farsch, kannst du mich sehr. Ist das dumm? Okay. Gut. Äh. Sorry. Farsch, kannst du mich sehr. Bobs. So. Nochmal. Jetzt. So, Bowser. Ich komme. Halt die Pri... Nein, das klingt falsch. Das sage ich nicht. Bisschen mehr Anlauf und das wäre hätte geklappt. Bis klein. Moment, mehr Anlauf. Wäre exquisite gewesen. So, vergiss es, vergiss es, vergiss es. Du wirst mich nicht beißen, Level. Du wirst es nicht schaffen. Doch. Brest du es wohl, weil... Baum. So, da kommen die beiden Kugel-Mittis. Da kommen gleich meine Freunde an. Nein, ich bin zu früh gesprungen. Nein, ich bin zu früh. Tschüss. Blöd, Mann. So, und... Raus hier. So. Bum, 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 bum. Piu. Ein kleines Sternchen für mich. Und dann geht es weiter in Welt... Welt... Welt Nr. 7.2. Ba-au, wow, 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 wow. Keine Lust auf Blooper. Keine große Lust... Auf diese Scheiß-Tin-Fische. Oder Kalmare sind das, nicht? Wow. Ja, gut. Nach dem epischen Moment hätte das gar nicht anders enden dürfen. So. Na, 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 na. Bloß über den Blooper auch über... Weil, wir wissen, er ist ganz schön gefährlich. Zumindest der einer, der mich damals festgehalten hat. Nein! Verfluschte! Sorry. Es musste jetzt einfach raus. So. Der Frust musste raus. Ba-au-au-au-au-au. Mau-au-au. Diese Wasserphysik ist eine ganz, ganz... Böse, böse Geschichte in den Spielen. Und darunter wäre klug, das wäre voll, voll krass. Ich will, dass ich heute so enden lassen, dass ich wieder sage, dass ich im nächsten Part wieder bei Bowser bin. Ich will das Level mal so zeigen, wie er war. Ich will kein unnötiges Leben mehr verlieren. Das ist einfach nicht cool. Das ist einfach nicht cool. Nix da. Wow. Wow. Was war das denn? Na gut, egal. Akzeptiere ich einfach. So, Piranha-Pflanze. Verschwinde. Verschwinde aus meinen Augen. Komm her. Geht mal hoch. Es sollt ihr beide hochgehen. Danke. Das hat weh. Warum macht er sowas? Hat er sonst keine Hobbys? So, gehen wir beide schön nach oben. Oh, meine Güte. Stressig, stressig. Stress pur, diese Level. Er hat bestimmt noch eine Minute oder sowas. Oder drei. So, nochmal. Weil wieder nichts anderes Spaß macht. So. 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 Ah, man darf den Blubber nicht zu viel Spielraum da umlassen, sonst hat er, hat, geht nicht. Sollte man nicht tun. Ich glaube auch gleich wird es auch der letzte Run, wenn ich das hier nicht schaffe. Sollten wir kommen jetzt ganz spontan einfach mal zum Bowser-Level. Das wäre natürlich das Beste. Nochmal zurück. Dankeschön. So. Natürlich, wir haben noch ein Leben, das wird glaube ich nichts. Ich denke mal nicht, dass das was wird. Hey, Feuerwehrkissar. Dann verarsche ich mich nie wieder. Okay. Und das ist... Cheap Cheaps. Äh, sind's halt Cheap Cheaps. So. Und das Bowser-Level. Ja, wird halt denn heute der finale Versuch und äh, sonst... Ähm, nächstes Part sehen wir uns halt bei Bowser wieder. Mit der bestmöglichen Ergebnisse, also bestmöglich fünf Leben und mit Feuerblume ausgestattet. Der natürlich die beste Wahl. So. Wow. Der reagiert aber auch selten. So, aber okay, das hätte ich... ...nach und hin gemüsst. So. So. So, so, und so. So. Ach. Yes. Oh, doch in diesem Part geschafft. Das ist doch wunderbar. Wunderbaro. What the fuck. Butterpools, es ist ein Abacus. Ich denke mal, es soll eine Anspielung aus dem Zwerge sein. Schon interessant. Gut. Die letzte Welt wartet auf uns. Ich würde aber sagen, dass man will im nächsten Part. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder von Night's Play Super Mario Wars. Dankeschön und bis dann. Bye, bye. Bye.